ein recht herzlich guten morgen wir haben gerade samsag den ersten februar 9 uhr punkt 16 ich bin hier gerade aufgestanden also morgens natürlich ich bin hier gerade aufgestanden und bemerkt mein bruder meine mein vater und der rest ist nicht da toll ich frage mich was das ist warum ich das immer neu auswählen ich hab da keinen plan erst mal wir sind immer noch in dieser nenn ich mal saiyajin sage und dieses genki was ist dieses genki glaube ich brauch dafür online um die zu teilen ach ja ich habe mir übrigens im warte was soll das hier mission 6 habe ich es gemacht nicht wahr okay wo ich auf mission 7 ein starker gegner mission 40 kommt das erst später nach andere ära ist das ich habe es verstanden gut okay ich kann mir jetzt die spiele auswählen ähm ich bin nicht verfügbar wen kann ich mir auch nicht verfügbar ich kann mir nur die männer hier natürlich mache ich das dann jawohl ich bin dann nämlich mal natürlich wie geht er nein ich will ab nein 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 ich glaube der der auf eins ist der ist dann mein spieler nicht wahr dann nehme ich zwei mal raditz was will ich mir pflanzen so ich bin das ähm spiel log ich will die einsätze nie mehr okay ich mache das später gut dann starte ich einfach mal ich möchte mich dafür entschuldigen dass der letzte part die so abrupt geendet hat und so kurz war das war weil mein bruder mich gestört hat nein quatsch das ist weil ja doch er alles ist mein bruder schuld ach ich habe noch gar nicht synchronisiert was machen wir denn jetzt erstmal warten ja wir müssen jetzt gegen pikolons und goko kämpfen ja 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 zweimal raditz zweimal diese hackfresse boah was hat der für einen geilen arsch das streamteam ich habe natürlich die auf japanisch gestellte ich finde die dafür besser auf japanisch irgendwie wo ach okay er und so ist im kundern ich habe einen neue techniken lernt und zwar wenn ich er wo wo wer aufs maul gut nein nein äm Ey, warte, warte Ich muss LB gedrückt halten, genau Und dann sämtliche Knöpfe drücken Ah, okay Ey Alter, ich muss irgendwie angreifen Hallo Wow Oh, ich hab sehr wenig Leben Ah Oh, ich hab auch keine Energie mehr gleich Wow Oh, synchronisieren, okay Ich brauch Leben, meine Freunde Ich brauch Leben Oh, da bin ich tot Könnte mich jemand zum Leben erwecken, hallo Gerade so, du schädest doch so schön Alter, scheiß Nochmal, was nochmal Ich kann ja echt nicht sterben, oder wie Ja, wann wir sehen Da Ah, ich weiß Warum du Wir sind wir, ja Ah, jetzt kommt das Mit der Höllen-Spirale Ja, jetzt nimmt die Story langsam vor, man Wow, 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 wow Ah, ich hab keine Energie mehr Okay, ich muss warten Dankeschön Ähm, ja Ich hab noch eine Technik gelernt So SAB Ähm, ja Ich hab keine Energie mehr Okay, muss ich warten So Also wenn ich diese Leiste da unter dem Leben leer Also gar nichts mehr drin habe Kann ich Ähm Nicht mehr angreifen So Ich will nochmal die Spezialattacke von dem Ja Piccolo ist schon mal tot, nicht wahr? Ja Wo ist Son Goku? Da ist er ja Und Yeah Da, okay Son Gohan Ey, Quatsch Son Goku Hier fehlt Son Gohan fehlt ja, ne Der kam ja auch zum Angriff Ah Der will ich jetzt töten Boah, Son Goku gegen alle Ist das krass Wow Yeah Das war ein Move Ich find Son Goku hat ja eigentlich die perfekte Form für ein Was weiß ich was Bodybuilder, ja Aber Der verdient sein Geld lieber Ich mein, der hat ja nie gearbeitet Der verdient sein Geld ja nur durch die Turniere, die er einmal gewonnen hat Ah Warum? Na, einfach Genug, ja Gut Ich bin Rang 12 Ah Diese EP Damit kann ich Sachen kaufen Jetzt verstehe ich Okay, gut Was hab ich grad gesagt? Ach genau Wie, wie, wie wär Wie cool wär es Wenn man einen Schwanz hätte, ja Einfach so einen Schwanz Gut, dann mach ich mir Äh, kauf mir jetzt mal was Äh, ich zum Beispiel Sieht das hier grad cool aus Nicht eingesetzt Inventar Was Bessere Verteidigung für eine Minute Bessere Spezialbewegung Erhöht Tempo für eine Minute Ah Puppesteppich gekauft Eins Was kann ich damit jetzt machen? Wow Oh Oh 100 Wie, wie teuer? Nicht genug BP Nicht genug BP Ich hab eher für nix genug BP Ah doch, hier Oh Überlebensinstinkt Oh Nein Ah, okay Ich kann einfach nix machen Oder wie? Ich mein, ich muss ja die Sachen Verteilen können, oder nicht? Gut, dann wähle ich meine neue Mission aus Mission 8 Lettkämpfer Äh, Farbänderung Hier kann man die anpassen Sag mir doch ein Lückerli, du Jetzt verstehe ich Gut Yeah So, jetzt hab ich's verstanden Nein, Abbruch Ähm, bestätigen So, jetzt hab ich, äh, Vegeta ein bisschen, ähm Manus, also hier Vermannt Ne, wenn man, nennt man das vermannt? Etwas männliches Ich denke, Vegeta, der damalige Vegeta, ja Noch mit seiner Stimme, ja Ich find sowieso, japanische Stimme immer ein Moos Obwohl, jetzt gibt's Deutsche Animes Äh, die, äh, die Aufgabe eigentlich richtig gut gemacht haben Rompis gehört jetzt nicht dazu Anfangs Ich weiß nicht, ob die das jetzt in der neuen, äh, Staffel Also, die kommen jetzt, ähm, neu raus 53 Folgen haben die jetzt bis jetzt fertig Das ist also dann schon, äh, nach, also nach diesen zwei Jahren, ja Gut, oh, jetzt kommt so ein Gohan, der kleine Süße Jetzt kommst du Yeah Wups Anvisieren Yeah Oh, ich werde gerade verpült, ne Wow Okay Erstmal, wir haben Schuh gehen Dann reicht das Ey Ziel wechseln Ups Ich bin wieder hier am Schuh Ich will nicht hier am Schuh Oh, ich will den Chen Chin Han Wo bin ich da? Ey Da Ey Okay Wow War das Ganze ein Dodompa Ne BANG Gut Nochmal, ja Man ist spektakulär Man kann ja nix in Dragon Ball eigentlich oft mal nix spektakulär gestalten Denn man benutzt als Anfänger ja nur diese Kombos, die man schon kann Oder auf die man sich vertraut Und was mache ich? Ich drücke einfach irgendwelche Knöpfe Mit denen bin ich vertraut, ne So, gut Ups Ähm Man, wir genießen einfach mal die Story hier, ne Oder die ist Diese Atmosphäre, denn Das ist auch nochmal ein neues Mit acht Spielern auf einem Spielfeld Da rum zu hocken und dann So Yeah Einfach mal weggehauen, so fett Und tot ist er Waha Ja, komm doch her, ihr Wixer Ah, Kip Kohan ist der letzte Die haben schon schon tot, was? Komm her Ich weiß nicht, ob man die Karten dann nur einmal verwenden kann Oder für jeden Mehrmals Oh Der haben ist so ein Gohan Guck mal, vier Vier Sire Jins gegen eine Was ist das für eine Äh, Fairness hier, ne Und das ist nur so ein kleiner Junge Meine Güte, der tut mir nass Wow Jetzt kann ich Bäm Gut Ich brauche ein bisschen Energie Dann kann ich auch meine Spezialtechnik machen Nein, kann ich immer noch nicht Ich brauche die volle Leiste, okay Nicht sterben Ich will noch meine Mein Supermove machen Ah So, jetzt Und Komm jetzt Son Goku Ja, Son Goku kommt wahrscheinlich Ah, die beiden Oh, was? Sie vermehren sich auch noch Was ist das denn? Okay, die verlieren aber sehr viel Leben Sehr schnell Leben Gut, da ist Oh Oh, ich habe keine Energie Weswegen Oh Das gibt's doch nicht Ähm To the wind Oh Ey Ah, ich brauche Energie Was soll der Scheiß Hallo Oh Hey 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 Gieß doch Warum Warum läuft es nicht rückwärts? Was soll der Scheiß Mach da, weil ich sage Ich drücke Äh Oh Gott Boah, all auf einem Haus Alter, was soll der Scheiß Ich will Jetzt ist ja schlimmer als auf der Achterbahn Wow Ist ja nicht die Haare Ups Ich muss doch andere sehen Deswegen greift er nicht an Ist Oh Oh Yeah Piccolo hat ja noch nicht mal Schaden Was soll das So So, jetzt aber Oh, ja Nein, nein, nein Oh, ich bin wieder Ich frage mich, was passiert, wenn ich sterbe Und diese Ganky-Anzeige habe ich ja oft Äh, bis jetzt, ähm Sehr wenig abgegeben Was sind da für die Liedernpunkte Was ist das? Okay Äh, ich brauche Leben Ich brauche Leben Hab ich denn mal eingetroffen? Ich wollte die treppen Oh, mein Gott, was? Ah, Piccolo ist schon mal tot Oh, hat Piccolo so ein bisschen Wow K.O. 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 Wo ist der, wo ist der, wo ist der? Ruh, raditz Okay, er lebt wieder Oh, jetzt bin ich tot Haben wir mehrere Leben, oder wie? Man, ach genau, so ein Schwanz Habe ich dort schon gesagt, dass er einen Schwanz will Oh, ja, volle Kraft Okay Nein Oh, 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 oh Nein Da Jetzt Bam Ich meine, diese Lebens Also, diese Energieanzeige braucht man ja öfters, ne? Die braucht man für viele Dinge Denn für diese Jagd braucht man diese Energieanzeige Oh Ja, okay, jetzt hat Piccolo Schaden, ne? Willst du mal eine rein? Oh Wow Ja Lass mich doch mal in Ruhe den Piccolo angreifen Okay Da habe ich wieder keine Energie Was soll der Scheiß? Wer liegt denn da? Oh Ah Hat er was mit abgesehen? Schöner, was ist das? Jetzt Was verdient du? Ah, Krillin ist schon bald tot Ich will auch mitgreifen Jetzt kann ich aber Boah Der hätte aber viel Der hätte aber gesessen, ne? Boah, wessen waren das? Gibt es hier nur einen Gibt es hier nur einen? Kulo? Gibt es hier nur einen Piccolo oder nicht? Okay, jetzt aber Nein, das ist mein finaler Stoß Oh Den wollte ich machen Egal So, das War das jetzt der letzte oder nicht? Doch, das war der letzte Gut, dann fliege ich mal eine Runde Was ist das denn? Wie fliegst du? Ich schwöre, ich kann ihn gar nicht lenken Er fliegt automatisch Ja, so Ich will auch Alter, Westentraum wäre es nicht so zu fliegen Was ist das denn für ein geiler Scheiß? Gut Na, wieder nur einen B-Rang Leck mich da um zu können Wenigstens haben wir jetzt verstanden Wie wir diese ganzen Karten verteilen Äh, Objekte Ist okay Premium-Sammlung Können wir dann später kaufen Wenn wir Ganz weit in der Zukunft sind Gut, dann würde ich erst mal sagen Dass ich, ähm Ah, es gibt hier mit so Ah, wir sind schon Ah, es geht immer weiter runter Ah, jetzt kommt Son Goku Er muss sich gegen Son Goku oder wie? Ich hab keinen Bock mit Son Goku Ah Gegen Son Goku, mein Okay Also erstmal, okay Erstmal hier Mission auszuwählen Wir sind jetzt bei Mission 9 Nicht wahr? Ja, 9 Ich kann immer noch nicht auswählen Was soll das Scheiße? Ich will Son Goku Egal, dann kämpfen wir weiter So, nächste Mission Ready to go, ready to Godnight Joe Steigerst du das Spezial des Nahkampftypes Wird die Nahkampfreichweite und die Kampfangehörigkeit Okay, das Napa Spezialität ist eine stahlhärte Harte Hyperabwehr Na gut, der ist auch so ein Rhino, ne? Jetzt kommt Son Goku's Zorn Ich muss ihn fühlen Ja gut, vier gegen einen Ich mein, man kann es ja nach der Sori hin anpassen Weil wenn man schon die Chance hat mehrere Spieler gegen einen zu machen Sollte man das auch hinnehmen Und gibt's hier überhaupt eine Schwierigkeit? Warum geht das nicht anders? Wo ist das rum? Meine Güte Ups Ich will mit Son Goku kämpfen Ich hab gegen's Oh, okay Okay, das war mein Okay, der geht richtig ab Ich hab auch mitbekommen Habe ich das gesagt? Ich weiß gar nicht Dass man in dem Kampf selber sich nicht transformieren kann Also man Die Form, die man dann haben will Muss man dann Also auswählen dann Also sagen wir Also sagen wir Du willst dich beim Kampf gegen Cell Super Saiyajin Als Super Saiyajin 2 transformieren Ähm Ich bin schon tot Was ist das? Ähm Hat das Dann musst du halt die Saiyajin 2 Form schon davor wählen Ich will es mal Volle kaufen Ich mein 4 gegen 1 Ist fair Ja gut Das Dragon Ball Da ist gar nichts fair Ne Ah, jetzt jagt ein bisschen Weißt du Goku hat schon die Hälfte des Lebenssäck Was soll der scheiß? Nein, nein, nein Nach unten Ah, man kann auch zielen Oh, okay Das kann man aber Dragon Ball Seit Budokai Tenkashi 3 nicht Also Wow Aha Aha Ah, es kommen noch Diese kleinen Rosenmatz Typen Mein Gott Eigentlich müsste es so Auf dem Boden liegen Warum machst du das nicht? Kommt noch diese Platzköpfige Alles was wir machen müssen Ist einfach so Goku jetzt besiegen Aber ich bin gleich schon wieder tot Verdammt Mann, der Kampf ist so tat Oh, oh, oh Ich bin schon wieder tot Aber diesmal richtig Hallo Genesung Genesung Nicht nochmal, ja Ich bin jetzt völlig Kaul Was? Nochmal? Wie viel Leben hab ich denn bitte? Was soll das scheiß? Ich will einfach sterben Das war's Ne Da Alles sonst Geht Goran Der ist gleich schon wieder tot Geboren ist tot Wer hat denn bitte schon zugerichtet? Was aber scheiß Wo bin ich? Ach da Mein Gott Oh mein Gott Was? Was machst du? Na 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 Ich bin gleich schon wieder tot Das soll er scheiß Nie Aber jetzt bin ich richtig tot Was ist da los? Wie viel Leben hab ich denn? Was soll er scheiß? Was ist mit meiner Genki-Anzeige? Meine Güte Ich krieg ihn still Geht der benutzt eine Kajorken-Attacke Da kann ich noch was stehen Wow Nicht angreifen Nicht angreifen Yeah Das war nochmal eine Kajor-Attacke Schaut mal da ist ein Gohan Das ist ein Goku Sorry Spezialbonus Habt ihr gewusst Dass die Stimmen Die Synchronsprecher im Japanischen Beziehungsweise die Männer In den Animes Oftmals Von Frauen gesprochen werden Ich glaub der von Der Ruffy In One Piece Wird auch von einer Frau gesprochen Ich mein Ja Ich mein ich hab ja gar keine Xbox Live Wem soll ich denn dann geben? Was kann ich damit machen? Ist Genki vielleicht ne Größere Währung Also ne wertvollere Währung Als die von Ein S-Rang Ne Das gibt's doch nicht Ah verdiente DP Ich glaub die DP sind die Dragon-Punkte oder nicht? Wenn die heißen Dragon-Punkte Wenn die Dragon-Punkte heißen Yeah Yeah Nochmal Yeah Okay zum nächsten Rang Brauche ich ein bisschen Okay Karte erlangt Toll 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 Ich mein ich kann ja sowieso nicht Im Einzelmodus kämpfen Ne Dann muss ich schon im Koop-Modus Online Ich brauch einen anderen Spieler Der das hat aber Das hat keiner von meinen Freunden Mein Gott Schön Nächste Mission Ähm ich will Ach genau Erstmal Part beenden Sorry Okay ich beende es mit dem Part Ähm vielen Dank dass ihr reingeschaut habt Bis zum nächsten Mal Tschüss